Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO bzw. es ist wieder Zeit für ein kleines Gewinnspiel. Gestern gab es ja keine Auflösung, da es letzten Dienstag kein Gewinnspiel gab. Es wurde aber gestern immer zu gefragt, hä, wird heute nichts verlost, bla. Gestern gab es den Special Natururin-Stream zur Feier seiner 1000 Abonnenten. Da wäre eh keine Zeit dafür gewesen, das hätte nur gestört. Aber heute, aufgrund der letzten Ereignisse, habe ich wieder was für euch vorbereitet. Denn, wie ich zu Ohren bekommen habe, mitbekommen habe, wie mir zugetragen wurde, wurde intern auf dem Discord-Server letztens ein Bisa-Funk, Biso, ein Biso-Funk verlost bzw. mehrere Biso-Funken. Jetzt sind viele traurig, weil die keine Chance hatten oder weil die das nicht wussten oder weil das wenig mitbekommen haben bzw. die sind sowieso traurig, die das nicht bekommen haben. Ich möchte euch jetzt mal ganz kurz zeigen, meine letzten drei Glücks-Pokémon, die ich bekommen habe, die waren alle mit Glücksfreunden getradet, also garantierte Glücks-Trades. Da haben wir zum einen ein Isso. Kriegt der ja eh eigentlich nur aus Eiern, deswegen haben da die Leute nicht 10.000 davon übrig zum Traden, sondern vereinzelt hat mal jemand immer eins. War ein 98er vor dem Trade, ist ein 98er nach dem Trade gewesen. Das ist auf jeden Fall sehr lustig. Dann ein Simvularer. Ja, Simvularer. Ihr wisst, was macht man natürlich, wenn man Glücksfreund ist? Man tradet Kontinentale. Aber es geht heute nicht um Simvularer, denn mein letzter Glückstraight, mein garantierter Glückstraight war ein Biso-Funk. Da hatte ich den Eintrag noch nicht. Habe deshalb auch 0 Bonbons. Habe das jetzt nur durch den Lucky-Trade bekommen. Direkt als Lucky-Eintrag natürlich. Und das hat mich auf eine Idee gebracht, da es bei Discord ja diese kleine Verlosung gab, warum ich bzw. warum wir unsere unbeschreibliche Macht nicht einsetzen, für Gutes in der Welt zu tun und verlosen einfach jetzt nochmal in diesem Video 5 Biso-Funk an euch, an die Zuschauer. Das Pokémon ist auf jeden Fall brandneu. Das dürfte kaum jemand haben. Manche haben die anderen von Generation 1 noch nicht mal. Die ganzen Kontinentalen, obwohl die ja trotzdem auch in den Eiern dann zu finden waren und man also jeder die bekommen konnte. Trotzdem wollen wir heute Biso-Funk verlosen. Ist halt nicht schillernd, ist halt kein legendäres. Manche finden das vielleicht sinnlos. Ihr müsst ja nicht mitmachen, aber die, die Bock haben, können ein Biso-Funk gewinnen. Ihr wisst, wir machen da wieder einen Hashtag unter das Video. Den müsst ihr dann da reinschreiben und müsst ihr richtig schreiben. Die Kommentare von diesem Video zählen. Es reicht, wenn ihr aber einmal kommentiert, denn wenn ihr mehrmals kommentiert, wird das eh nicht gewertet. Das wird ausgefiltert. Die Auflösung, wie immer am Montag im Livestream, beim Chill mit Ramses Livestream am Montag. 20 Uhr geht er los und 21 Uhr wird dann die Auslosung sein. Und wer gezogen wird, muss sich kurz melden im Stream. Mir das auch mit rechtem Ding zugeht. Nicht, dass jemand hier 20 Accounts erstellt und da kommentiert und dann ist der Gewinner nicht mal erreichbar. Oder man weiß nie, wer dahinter steckt. Das hatten wir auch schon. Deswegen 21 Uhr ist die Auslosung im Stream am Montag. Und wenn ihr da seid, könnt ihr das gewinnen. Dann werdet ihr kurz aufgerufen, habt kurz Zeit, euch zu melden. Es gibt Biso-Funk. Fünf Stück an der Zahl, aber nicht für einen, sondern fünf verschiedene Leute können Biso-Funk gewinnen. Jetzt brauchen wir nur noch ein Hashtag. Und der Hashtag wird einfach sein... Wir nehmen einfach Biso-Funk. So einfach ist es. Hashtag Biso-Funk. Warum nicht? Es ist das Pokémon, um was es geht. Ihr seht, das ist immer alles improvisiert, spontan. Ich habe mir vorher nichts überlegt. Hashtag Biso-Funk, so wie es hier geschrieben steht, packt ihr in die Kommentare rein. Ihr könnt ja nochmal dazu schreiben, wie ihr das Pokémon findet, ob ihr schon eins habt oder generell, welches von den kontinentalen Pokémon euch noch fehlt insgesamt oder welche ihr schon habt. Vielleicht habt ihr ja irgendwo bei einem Urlaub eins bekommen oder es hat euch jemand mal eins getradet, der im Urlaub war oder wie auch immer. Das war es eigentlich alles. Mehr muss man nicht wissen. Schreibt den Hashtag rein, seid am Montag dabei, 21 Uhr bei der Auslosung. Dann könnt ihr eins von fünf Biso-Funk gewinnen. Das war es von meiner Seite aus. Heute Abend ab 18 Uhr, beziehungsweise 17.50 Uhr starte ich ja, streame ich wieder die Spotlight-Stunde. Ich weiß das Pokémon gerade noch nicht mal, aber spätestens heute Abend werden wir es wissen, wenn wir es ankündigen. Wer also Bock hat, schaltet heute Abend auch ein, ab 17.50 Uhr zur Spotlight-Stunde gemeinsam chillen, fangen und gucken, was passiert. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns heute Abend. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Bis dahin, bis dahin.